Hallo, du spart bereits hunderte von Euro pro Jahr, dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Super-Teilien sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Hebe den Scheibenwischerarm an. Um das Scheibenwischerblatt zu entfernen, kippst du es um 45 Grad und nimmst es dann ab. Leg den Scheibenwischerarm vorsichtig auf einem Haushaltspapier auf die Windschutzscheibe zurück. Um das neu einzusetzen, schiebst du es an seinen Platz. Leg ihn vorsichtig auf die Windschutzscheibe zurück. Kippe das Scheibenwischerblatt um 45 Grad und nimm es dann ab. Um das neue einzusetzen, schiebst du es an seinen Platz. Leg den Scheibenwischerarm auf die Windschutzscheibe zurück. Vorgang beendet. Leg den Scheibenwischerarm auf die Windschutzscheibe zurück. Leg den Scheibenwischerraten. Leg den Scheibenwischer even auf die Windschutzscheibe zurück. Leg den Scheibenwischer herum auf die Windschutzscheibe zurück.